Der Grandmaster Park ist längstens eine Institution für alle Slope-Style-Ridern. Daniel und seine Kollegen scheiben die ganze Saison jeden Tag für einen perfekten Park. Die Kicker, Rails und Obstacles für jedes Niveau sind jeden Morgen perfekt bereit. Der Grandmaster Park gehört definitiv zu den wichtigsten Snowparks der Schweiz. Was es braucht für jeden Tag die perfekten Lines abzuliefern, erzählt der Headshaper Daniel gerade persönlich. Klicke oben rechts für die ganze Geschichte zu sehen oder komm auf die Webseite www.lenk-simetal.ch für die aktuellen Events im März.